Hallo erst mal. Ja, heute sollten wir ein Avigam auf. Einen kleinen, schnellen, ohne große Zeitaufwendung. Einfach nur aufbauen, angucken, einziehen. Fangen wir an bei der Verpackung. Und wie ihr seht, die fange ich jetzt weg. Und das Zelt faltet sich quasi von alleine auf. Jetzt ist es einfach nicht mehr. Die Hand von der Hand. Das ist das Zelt. Das ist das Zelt. Der Hand von der Hand ist sehr süß. Das ist ein Problem. Hier geht es. Hier ist der Eingang. Es ist ein bisschen eng hier, aber es muss gut. So weit, so gut, da wir hier nicht viel Platz haben, brauchen wir das Verzelt auch nicht abspannen. Aber hier, habt ihr jetzt einen Einweg? Hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Wie ihr sehen könnt, es ist viel Platz, man kann sogar ganze Möbel reinstellen. Hier haben wir noch die Verpackungstaschen für das ganze Zubehör. Hier befinden sich die Stäbe für die Befestigung in der Tasche. Und hier haben wir noch einmal Verpackungsband, um das Zelt beim Wiedereinpacken nochmal zu befestigen. Und nochmal ein extra Band zur Sicherung. Aufsatzung. Hier ist das Zelle. Hier ist das Zelt beim Wiedereinpacken. Hier ist das Zelt beim Wiedereinpacken. Jetzt kommen die Zelt bei Wiedereinpacken. Vielen Dank.